Hallo meine Lieben, kennst du den Sinn des Lebens? Möchtest du auch irgendwie wertvoll sein? Das Problem ist ja, es gibt so viele Möglichkeiten und viele von uns glauben ja, das Sinn des Lebens muss ein bestimmter Beruf sein. Das Sinn des Lebens ist viel mehr, das ist viel mehr als eine Tätigkeit. Das Sinn des Lebens ist eine Haltung, das Sinn des Lebens ist, was mich stärkt, was mir einen Wert gibt. Und wenn wir das nicht haben, dann ist es wirklich, ich kenne es selber von mir, man fühlt sich lost, man fühlt sich wertlos. Ich möchte in meinem Leben einen Sinn geben und ich weiß nicht, was das ist. Und die Lösung ist doch auch hier wieder so einfach. Es ist wie bei der Bestimmung. Bei der Bestimmung ist der Kernsatz, was will die Liebe von mir? Was soll in Liebe und durch Liebe von mir passieren? Und der Sinn des Lebens beginnt genau da, bei der Liebe, bei der Liebe zu mir und bei der Liebe zu den Menschen. Und dann kann es natürlich noch spezifischer werden. Und wenn du deinen ganz besonderen Sinn des Lebens in Form deiner Bestimmung kennenlernen willst, dann komm zu uns in die Community. Komm, werde Teil der MFA-Community auf Telegram. Komm, werde Teil der MFA-Community auf Telegram.